Jetzt musst du es so setzen. Ah, das ist rum. Ah, drehe um, drehe um, drehe um. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Alter. So, willkommen zurück zum nächsten Part. Ich dachte, ihr freut euch mal über eine kleine Herausforderung. Nimmst du auch schon auf? Rhygmant. Rhygmant ist gerade nicht zu Hause. Bitte versuchen sie es nach dem Piepston. Piepston? Ja. Ach, da und dort ist ein Portal. Hey, yo, ihr Penisse. Oh, voll cool. Das ist kein Portal, das ist so ein Schiebe-Dingsbums. So, wie geht es euch, meine lieben Freunde? Ich heiße euch, ganz herzlich willkommen und ihr seid voll die Penisse. Ich weiß, was zu tun ist. Ja, genau. Ohne, du musst es da setzen und falle ich runter. Wo muss ich hin was setzen? Ah, ja, da fängt dein Portal ab, ja, ist klar. So. Jetzt muss ich da durch und jetzt muss ich mich hier durchmanifrieren und sagen, wie ich was... Okay. Oh, scheiße. Okay, jetzt musst du vorsichtig sein. Kann ich Portale setzen von hier? Geht nicht, ne? Ne, lass das einfach so, ich kann das jetzt machen. Dreh um. Portal umdrehen. Okay, und dann... Nein, 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 wo bin ich jetzt? Hä, wo bin ich? Du bist hier auf der Sellmord. Achso, warte mal, ja. Ja, verwirrt dein Mensch. Du musst da oben, die Oberflucht hier. Hier musst du setzen. Ja, du musst deins anders setzen, damit der Strahl besser ankommt oder so. Ja, ja, immer ich, immer ich. Nur weil ich klein bin. Aber wie klappt das so nicht? Äh. Jetzt. Jetzt fliege ich nach oben. Nein, 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 nach oben. Ah. Okay, Achtung, das ist so ein Teil, das wird dich zermahlen. Ne, würde nicht. Okay, Achtung. Nein, jetzt hast du's weggemacht. Ne, jetzt geh ich nach oben, warte mal. Achso, warte. Warte. Jetzt musst du es so setzen. Ah, das rum, ah, das rum, auf, 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 auf. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, 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 oh Gott. Oh Gott, 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 oh Gott jetzt, 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 ich schaff das, ich schaff das, Achtung, Achtung, so ein Teil verfolgt ist, umdrehen, 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 oh, ich bin fast gestorben, so ein Teil wird dich abschießen, so ein Teil wird dich abschießen, so ein Teil wird dich abschießen, soll ich jetzt hier reinnehmen, ne, doch, was bringt mir das, bin ich hier wieder bei dir, nein, bist du nicht, was laberst du, ah, Moment, ich mach mal Tab, Warte mal, ich muss wieder runter, ne, ja, kann schon sein, keine Ahnung, ist das nur der eine, äh, ja, Kamikaze, schieß ihn, nein, nein, schieß ihn zwischen die Pressen, das wäre lustig, komm ich jetzt nicht so hin, oh, schade, er ist eh deaktiviert, so, nimm den Kyuubi, und dann schick ihn, wenn möglich, rüber, jetzt kann ich hier im Porto, also, na, da muss ich umkehren, korrekt, nehm ich mit, geht nicht, komm nicht rein, mach umkehren, wodurch geht das, wenn ich das mache, der Würfel kommt jetzt nur, ne, und dann, musst du den, erst mal, wo, 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 wo komme ich denn jetzt mit dem Würfel, wo, und dann, wodurch geht das dann, ah, da unten durch, ja und dann, ah, okay, ich weiß wie, ne, wer, 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 ich, warte, ich komme mal eben rüber, Moment, schnell, ich weiß, wie das geht, okay, er ist jetzt genau da, Verdammt, ich hab's versaut Ne, warum machst du denn auch weg hier? Oh oh, nein, 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 nein Scheiße Wie komm ich jetzt wieder zu dir drauf? Hallo Hallo Und jetzt? Müssen wir hier wieder hoch Ja, nur wie? So, oh sorry Troll Und ich? Wohin muss ich denn setzen? Fail Willkommen wir jetzt hier wieder hoch? Äh, achso, ich weiß wie So Ah Achso Ich geh mal hier runter ja ich wollte ja 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 wir müssten irgendwie gerade rüberkommen und neue zu berühmten da besetzen geht das nicht verdammter Wasser immer weg kleiner penis wir sind bald quälen die Quäldin ich bin hier drauf ich will den irgendwie quälen warte mal hihihi so was muss ich jetzt machen ein hoch hoch nur dann oh voll sexy nein 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 das war falsch was ich gemacht hab ja ein bisschen ne nochmal ich hab falsch ins Portal gesetzt so so ah der Würfel muss alleine und lol fail der Würfel ist drüben doch nicht jetzt müssen wir da rein ich komme auch mal schauen ob wir es beide schaffen wuuuui wir sind drüben mann ja das war jetzt lustig Träulioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioio Oh, das heißt, wir machen Gesten. Standardregel. Was kriegst du? So, wir müssen einen High-Five machen nachher. Ich jetzt. Komm, mach mal, lag mal schneller. Lauf schneller, du fettster Klaus. Ich bin dabei. Ich kling wie so ein pubertierender Junge mit Stimmbruch. Ja. Ein pubertierender Junge mit Stimmbruch. Das ist nicht fair, du bist blöd. Ich fette zum Stimmbruch. Au. Sicher nur ein Verwaltungsfehler. Wie mache ich so eine Geste? Warte. Wie mache ich... Wow, wow, wow. War das luchte ich, ey. Hallo. Shalom, hoch. Hi, five. Ja, mach mal weiter, ne? So. Da, um, machst du mal Deins. Aua. Ihr solltet die Geschütztürme vermeiden. Bist doof. So, war das richtig? So. Oh, ne, what, Digga? Ich kann doch nicht mal auf den hier. Jetzt sind sie wenigstens weg, die kleinen Spastis. Völlig verständlich, ne? Ja, super verständlich. Ja, die Teile bringen uns nicht rum, oder so? Ja, aber gut, die Frage ist, was machen wir jetzt? Mit hier rumfahren. Ah, da runter springen. Genau da. Mach da dein Portal. So, dass... Wenn ich das mache, sterben wir. Nein, 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 das eine Portal, du musst das hellblaue hier machen. dann sterben wir oh verdammt ich muss die Schutzschilder hier machen ist klar ist klar ich weiß wie ich weiß wie ja halt's mal du blöde Kuh so du machst das gleiche wie vorher weil ich mach die Schutzschilder ja und du musst vorgehen muss ich das ganz bestimmt nicht du Schlingel du Schlingel ach du Schlingel du hast grad voll die Roboterstimme gehabt oh so passt doch so jetzt musst du da machen ui opfers voll die opfers ja und aua das geschafft yeah war voll einfach neuer Döner ist jetzt wird gezwiebelt was süß so wenn man das mal verdeckt jetzt musst du da oben das Brutal hinsetzen genau was bringt uns das du müssen wir hier hoch und du musst die Sachen wieder verdecken glaube ich hab ich schon what the fuck ist das what the fuck ist das aua danke was ich hab doch gar nichts gemacht da sollst du da oben die Sachen verdecken hab ich doch nein hast du nicht da oben da kann ich gar nicht warum fasst du fährst du auch da hinten nach oben oh fuck oh fuck oh fuck oh fuck ich kann da gar nichts machen ich hab gar keine da oben hier kann man was ach so du musst auch erst gar nicht so weit nach oben nein nein so die frage ist was machen wir jetzt er macht da oben ein moment ich mache da oben fast kann ich dir nicht umhauen ja natürlich hast du kaputt gemacht ich habe einen kaputt gemacht bleibt noch einer bleibt noch einer so und jetzt kann ich hier hin ok zweck jolo digga du bist ein Arschloch 3 ja 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 so ich komme darauf wir müssen jetzt glaube ich dadurch das heißt wir müssen uns da rein springen müssen wir das was bringt uns das achtung achtung jolo dicker ok das überlebe ich nicht das überlebe ich nicht gut runter wo sind wir ja der party ist auch schon wieder was wir haben es doch gleich schön 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 schilder der bilder ja aber ja party ist vorbei wollte ich bloß sagen damit ich weiß ich hoffe wir haben hier mal ja hey du musst hoch geht nicht aber doch jetzt aber moment verdammt geht raus jetzt ach was ist geschafft es war in grobo war es ja ohne gleitcreme haben wir es jetzt geschafft ne noch nicht ganz machen wir das einfach mal kurz überzeit oder ist ja nicht so schlimm immer das portal wieder mit oder wir machen einfach überzeit wegen überzeugt aber der büro was er hier drückt ja das müsste ich irgendwie da müsste ich noch dran rankommen oder nur wie wo ist die brücke hier unten ja ich hab's cool cool voll cool ich bin hinter dir sechs dax dort fels kein jahr geht der jahr 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 da hinten müssen wir ihnen Prozent Prozent und scheiße wo kein wo kein Schutzportale setzen Schutzportale schutzportale ich weiß wo du es hinsetzen hättest müssen ich mache ich macht du es mal ich mach das mal mit dem Teil da unten und ich mach das mit dem Schutzfeld ich hab Schutzfeld mach du mal das andere da voll rollenspiel und so voll rollenwechseln du musst das da ja hui warte auf mich bis ich nah genug dran bin bevor du das nächste unten sitzt ok wo muss das Schutzfeld setzen ah johl haha ok können wir na wo ah Alter au haha finde ich jetzt witzig ich auch oh dein sexy Arsch ist auch witzig und jetzt ja wird ruhig auf 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 so wir sind durch wo ist d die muss hier drinnen sein vielleicht hier hinten vielleicht auch nicht wo ist die tje wo ist die tje du hast wie es wie kam ich fang hau wo ist er mit der dj und jetzt warum werf ich sie nicht du bist so doof zu werfen haha aber geht das nicht wen ich kann ich mal auf oh oh war das cool voll cool system hat wieder Strom ich bin voll verbunden ich kann eigentlich sein blöde Pforze und es ist nichts passiert sehr schön Aua das war voll gemein du blöde Kuh zu viel gestorben schnodder 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 das war es auch schon wieder mal mit dem Part und ich hoffe wir sehen gleich wieder wenn es heißt wir sehen uns im nächsten Part wieder bis dann und tschuuuus bis dann bis dann haha schnodder 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 schnodder